ich glaube eigentlich verbrauchen Stroh müssen bald sammeln ja ich hätte ja schon ein bisschen bloß das mit der Pickel du machst das macht man wieder mit dem anderen sammeln halt ne so wir müssen Stein rein hier erstmal Holz Holz haben wir gerade erstmal Stroh ist ja kein Problem ist doch hier oder nee das sind die kleinen Dinger ja auch aus Bäumen glaube ich glaube jetzt hier ne das sind Büsche die kannst du so ernten ne ich würde sagen wir gehen da hinten wieder hin wir gehen da hinten wieder hin weil da sind Bäume und das noch Stein ne wenn du es so erentest kommt nur Fasern da kannst du nicht rauffauen oder ne ich hab nur geguckt ja war nicht doch ja Urlaub ist schon wieder ein bisschen schneller siehst du wohl da muss er mit der Spiegel genau genau sowieso heftig die Hälfte meiner Achse ist sowieso schon kaputt Wasser muss ja ganz wasser ich glaube wir haben ja da unten klar logisch Stroh ist ja richtig leicht ne oh das sind zwei Bäume Ach erstmal raus 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 muss nur gucken dass man mal die S Plus erwischt ja ja natürlich klar ich weiß ja wenn man oben beim Filter eingibt S Plus was dann passiert brauchst du noch was hier weil sonst packen wir ein bisschen Schuhe rein ne ich holz und stein S Plus tatsächlich wenn man S Plus eingibt kommt alles was man mit S Plus zu tun hat oben ok weil oben hast du so ein Suchfeld ne hab ich mal S Plus gemacht und alles was wir da lernt haben ist da so sitzen stück alle herstellen erstmal wir haben immer gemacht haben wir drei oder vier immer hoch gemacht weißt du das noch ich glaube vier muss auch mal schauen dann glaub auch ne ich glaub drei ist egal du wirst dich aus dem Kopf auch grad nicht werden wir denn hier sehen können wir dann da gleich nachgucken neuer Level hey 43 Stück haben wir ja schon mal Stein 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 Holz baue ich erstmal zu Ende hier ähm Stonewall ne nochmal 10 ich kann nebenbei sogar hier wo ist denn Resistenz gewesen wie sag ich denn Resistenz 0 ich hab noch kein Level noch gehabt ne so hier mal dein Level ne mal gucken na toll sehe ich es nicht jetzt hat das gewechselt 2% du willst wieder verarschen du hast irgendwas mit 70 oder so ey echt ey so ey ich will dich nicht verarschen doch aber sowas von ey ich mach jetzt erstmal leer den Olaf hier mit dem ganzen Zeug hattest du soweit hergestellt alles was du hinstellen kannst du anwenden schon ja naja ich muss auch mal Holz hauen Aua Mensch wär aber auch mal das war von deinen großen ja Holz ist hier noch ein bisschen drin sogar hier bei Olaf aber nicht viel Stroh pack erstmal wieder alles rein kann eher tragen so so ich geh jetzt mal wasser trinken und oh und essen wieder wie sau schafften wir wasser oder da komme ich mal mit oh eine Schlange und ein Raptor und ein Raptor Schlange und Raptor na die Schlange kommt ok hab platt gemacht ähm warte mal ist das der Alpha scheiße 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 ich seh den nicht der ist doch da vorne ne das ist kein Alpha der leuchtet komplett rot das ist anders als das andere rot der ist nur so bisschen rödlich und der ist allein unterwegs ich kann mal drauf gehen wo ist er nein warte doch mal wo ist er denn ich weiß nicht da hier bei mir also Alpha Raptor doch soll ich ihn versuchen zu betäuben ähm ich bewege mich nicht mich greift er auch grad nicht an ne ich geh hier rauf aber unsere Tiere müssen da drauf gehen auf ihn ne wenn der kommt ne ne nn nn unsere Tiere welches Level ist der? ach ich weiß es nicht ich kann ihn ich kann ihn grad nicht sehen ich hab nur gesehen Alpha der bewegt sich so viel ich bin auf unseren großen Dino hier die greifen wir nicht mal an die sind nicht mal so eingestellt dass sie angreifen würden ich weiß nicht da unten ist er bleib da bleib da bleib da kann ich nicht untersuchen Level 7 ist der männlich ja den schaffen unsere Tiere locker sollen wir den töten oder fangen jetzt? ach geil wäre wenn wir den fangen können aber unsere Tiere ähm die werden drauf gehen wenn wir den angreifen also ich meine die werden den K.O. hauen und am besten wäre es wenn wir mit dem Vogel kommen wisst du wie? wo wir drüber fliegen und wir müssen dann zurück in unsere Base schnell was ist das denn kleiner? los dann mach mal zurück unsere Base mit allen Sachen oder was? ja ok oh man oh man oh man oh man oh man ok Ort ist ungefähr gemerkt du hast auch das Betäubungsding überhaupt ist mir aufgefallen ja es müsste eigentlich alles runter kommen weil ich bin auf den ich bin auf Olaf hier achso ja Dach du faule Sau ey hm die gucken hoch aufs Dach oder? wie geil ist das denn ey siehst du hier ähm den anderen den du auch hast wo du reitest? ja ok weil den seh ich jetzt von hier oben nicht ok schnell zurück alleine mit denen mhm der liegt ein Ei von Anneliese also der ist auch überall Eier liegen wo sind die Frauen? hm der sich über ihre Klamotten liegen lassen ne und lassen sie ihre Eier liegen und ich hab immer nix getrunken aber ich war direkt auf den hier Terra City hoppa hoppala war ich war ich direkt daneben ich hab's gesehen das ist wegen dem Level oder wegen der Größe ich weiß es nicht ähm ich hab das schon gesehen gehabt und bei mir ich war sogar zu Fuß unterwegs und der war direkt neben mir weil ich die Schlange getötet habe der hat mich auch nicht angegriffen normal habt ihr eigentlich auch einen großen Radduss wo die angreifen ja ich weiß nicht was mit dem los ist vielleicht sehen wir so gefährlich aus ich weiß es nicht oder was ist Knarre gerochen ich weiß es nicht oh was ist da hinten da sind wir Raptoren hier bei uns ja ich bin nochmal mit den Raptoren da hinten ja 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 Level 30 weiblich sogar aber der wird ganz schön auseinandergenommen oder? ne der andere wird auseinandergenommen und Affen sind da oben ganz schön viele Affen? ja zwei Stück äh es waren Affen da einer haut jetzt ab ne zwei immer noch äh ja Olaf kommt nicht richtig hoch wie? er muss doch mal zurück was? er kam er ist nicht richtig Power gegangen ja Olaf wer sich verarschen wo bist denn hin Olaf komm mal hier her ja guck nicht so doof versuch dann erstmal rein zu kriegen wenn es klappt ja ich sehe jetzt sind noch kein Raptor ne die sind da hinten am Dings da wo Schildkröten und so sind die sind nicht direkt vor uns gewesen die waren oben auf dem Plateau wieder drauf die sind können auch ein bisschen im Wald rein sein das ist nervig mit den Toren ja Flash ist drin die oh Gott die Kari läuft ja süß Kari das muss man wahrscheinlich irgendwie du mal auf ja ich habe jetzt auf manuell geswitcht gerade oh dann geht es nicht auf und zuf ich habe manuell sie gerade guck mal da kommt Kari ok hier könnte erstmal stehen bleiben verhalten folgen deaktivieren mach mal noch ein bisschen nach vorne Olaf da hängt der Schwanz raus alles achso so ich gehe jetzt alleine zu ne das mache ich jetzt wieder an so da das ist wie vorher dann müssen wir zu manuell wechseln halt eben wenn wir die rein holen und raus nehmen ok du hast den Betäubungsteil ja drin ja guck mal ich lege den hier rein mal dass du raus nimmst oder oder nur die Betäubungsweide brauche ich nur ja ja ok die sind nicht nah genug dran die essen das Fleisch aus dem wenn man wenn ne es kann mit fleisch nehmen ist noch 39 sind drin ja wo bist du hier unten ja bei Kari achso also ob er Schäden reinschmeißen können naja ich war jetzt ja immer ja 39 Stück ich weiß ja was für ein Eifer lang keine Ahnung schau mal oder folgt mir noch gut da muss ich mich aber wieder auf den Stein setzen oder oder im Flug das Ding machen ok genau ein bisschen links ja da müsste es ungefähr ja ja das müsste hier so ungefähr sein mh das sieht gut aus dann sind die Steine weg da unten am Wasser war es ein bisschen runter da ist er da ist er vor uns weiter 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 direkt am Wasser vor uns ja der leuchtet wenn er auch mal stehen bleibt dann einigermaßen dann oh Gott ok 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 sie trifft es denn so ich will ja auch keinen Schuss verschwenden ich warte mal wie er sich gerade bewegt ja einmal getroffen habe ich ihn jetzt pass auf er kommt er kann hier auch hoch wenn du pech hast so treffe ich ihn nicht warte warte hoch 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 nicht ins Wasser folgt ihm erstmal ja 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 da da hinterher er kommt 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 wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er unter uns ja direkt im Wasser ja oder ist er langsam das ist gut nee nicht runter ja nicht hoch das ist ein Flügel bisschen im Weg sonst treffe ich uns ja getroffen kann ich nach hinten kann ich nicht fliegen da geht nach oben ja ich weiß ich weiß es ist schwer oh jetzt ist er unter uns direkt versuch mal wieder zu einem Stein zu bringen dass er vielleicht auch mal hängen bleibt und sonst wenn er durchs Wasser geht ist er langsam dann kannst du dich auch drehen dann Mann schnell um klar